Hi, hallo, ich bin's Alena. Heute plane ich mit dir meine Geburtstagswoche vom 17. Januar bis zum 23. Januar. Das war das Set, was ich eigentlich zuerst benutzen wollte. So ein Geburtstagsset aus meinem Shop. Wie gesagt, alles unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich hatte aber dann vor ein paar Tagen ein anderes Set noch kreiert. Das nennt sich Planner Babe Blue oder Blue Planner Babe. Und das hat mir von den Farben her so unglaublich gut gefallen. Und weil ich noch silberfolierte Sticker da hatte, was die Wochentage und die Daten angeht, dachte ich mir, hey komm, das passt wie die Faust aufs Auge. Und also ich bin hellauf begeistert. Ich habe das Ganze dann kombiniert mit den Blumen, die ich euch am Anfang gezeigt habe, mit den Anemonen und den Rosenblumen-Bouquets. Und ja, ich fange heute mal nicht mit dem Washi an. Mir ist aufgefallen, jedes Mal, wenn die Kamera wackelt, ist irgendjemand von meiner Familie hier durch den Raum im Büro gelaufen. Und dass hier bei uns unter dem Büroboden keine Trittschalldämmung gibt, das ist ja eine Mietwohnung, wackelt dann immer gleich mein komplettes Stativ samt Kamera. Also ich kann es nicht ändern. Ich hoffe, wir müssen das nicht mehr lange mitmachen. Und ich fange jetzt an, dass ich mir so kleine Streifen nehme, die mit den kleinen Schleifchen drauf und klebe mir die oben praktisch oben drüber in die Kopfseite des Planers und schneide dazu die Blumensticker immer aus. Ich nehme auch alle drei verschiedenen Blautöne. Gerade diese Blautöne in Kombination fand ich unglaublich genial und finde ich immer noch unglaublich schön. Gerade dann auch in der Kombination mit den Blumenbouquets und mit den silberfolierten Details dann. Also ich sage es euch, ich bin hellauf begeistert und sowas von verliebt in dieses Wochen-Spread. Zum allerersten Mal, seitdem ich seit über einem Jahr plane, muss ich sagen, finde ich, ist das mein allerschönstes Spread, was ich je gestaltet habe. Ich bin gespannt, ob ich dieses Jahr noch ein paar Favoriten mehr zusammenkriegen werde, aber das ist wirklich ultimativ geworden, wie ich finde. Ich klebe mir auch hier unten wieder diese kleinen Washi-Tape-Streifen hin, die mit dem Schleifchen und natürlich dann auch hier unten in meine Wichtig-Rubrik. Ich habe jetzt auch diesen Monat oder diese Woche keinen Tracker benutzt und finde das auch gar nicht so verkehrt. Ich habe jetzt auch schon den Menüplaner, glaube ich, schon so ein paar Mal gar nicht mehr mit drin in meinen Spreads. Moment, ich gucke mal kurz. Stimmt, ich hatte den vom 3. Januar bis zum 9. Januar noch drin und dann habe ich den irgendwie schon gar nicht mehr aufgeklebt und finde das ohne diesen Menüplaner mittendrin eigentlich auch ganz schön. Die Blumenbouquets halbiere ich mir. So hat man einfach mehr von den Stickern, wie ich finde. Und gerade so, also ich habe es ja glaube ich schon gesagt, gerade so die Kombination mit dem Blau, den Blumenbouquets und dem Silber finde ich absolut umwerfend. Damit das Ganze nicht so oben drüber scheint, die Sticker, weil die ja dann teilweise doch eben recht groß sind, auch gerade diese Blumenbouquets schneide ich mir die an den Rändern, wo es übersteht, immer ab. Ja, damit einfach nichts weiter passiert. In den unteren Querboxen, also in den horizontalen Boxen, da klebe ich die Blumenbouquets ein bisschen anders. Ich möchte, dass es sich, ja, wiederholt, aber ich möchte halt nicht so viel von den Blumenbouquets wegschneiden und unten rechts ist ja immer mein Sonntag und unten links. In der horizontalen Box ist ja immer mein Wichtig. Jetzt klebe ich mir auch schon meine Wochentage direkt drauf. Direkt hier oben in die Kopfzeile mit rein und das Washi-Tape kommt dann natürlich ein ganz klein bisschen später. Nachdem ich jetzt meine Wochentage alle geklebt habe, schnappe ich mir aus meinem Sticker-Set die Bilder, die ich gerne verwenden möchte und mir gefallen auch die Bilder gerade so total gut, weil die doch schlicht sind, weil sie aber frisch sind, weil sie, ja, Winter in irgendeiner Art und Weise für mich ausstrahlen und auch so ein bisschen Geburtstag mit dem Briefumschlag und den Blumen und ich möchte das Ganze natürlich weiterhin kombinieren mit den Blumenbouquets. Am Montag habe ich mir schon so einen Briefumschlag-Aufkleber hingemacht und am Samstag nehme ich mir dann einen fast identischen Sticker, nur dass er spiegelverkehrt ist, in einem anderen Winkel fotografiert wurde und der Briefumschlag kein kleines Kleberli mehr drauf hat, was ich auch absolut toll finde. Damit sich das Ganze natürlich wiederholt, kommt auch hier wieder ein Blumenbouquet hin und dann möchte ich mir noch am Mittwoch und am Donnerstag auch noch ein schönes Bild hin kleben. Heute ist mir das wirklich sehr gut gelungen, auch mit dem Geradeaufkleben, wie ich finde. Also das alleine schon hat einen Daumen nach oben verdient und dann kommt hier oben drüber, über das Bild am Mittwoch, natürlich auch wieder ein halbes Blumenbouquet und selbiges wiederholen wir dann einfach auch am Donnerstag. Nachdem die grobe Planung jetzt schon so steht, kommt endlich das Washi-Tape. Jetzt weiß ich nämlich, wo ich es hinhaben möchte und mir ist aufgefallen, dass das, also ich habe das am Anfang nicht gleich gemacht, das Washi-Tape, um zu gucken, dass das Spread nicht zu blau und zu erschlagend wird. Und ich finde, es passt dann trotzdem hier unglaublich gut hin, weswegen ich mich dann doch entschieden habe, das Washi-Tape in die Fußzeile zu kleben. Ihr wisst ja, entweder klebt es bei mir in der Fußzeile oder eben auch direkt dann in der Kopfleiste oben drüber. Ich habe dann auch noch dieses vollfarbige, dünne Washi genommen und hatte dann echt überlegt, ob ich das noch an eine andere Stelle klebe, fand das aber dann ein bisschen unpassend an den anderen Stellen, wo ich das erst so überall dran gehalten habe. Und hier dann praktisch überklebt oder direkt auf das dickere Washi draufgeklebt, finde ich, sieht das unglaublich schön aus. Und das passt super gut dazu, dadurch, dass es hier nur drei verschiedene Blautöne sind. Man kann auch nur mit zwei oder mit einer kompletten Blaufarbe durchplanen. Also man muss jetzt nicht alle drei Farben verwenden, aber ich fand die Kombination, ich glaube, ich habe es schon x-tausend Mal jetzt gesagt, super klasse und auch mit dem Washi-Tape da unten gefällt mir das echt richtig gut. Weiter geht es dann, dass ich mir noch so ein bisschen die leeren Flächen auffülle. Ich nehme hier so kleine Page-Flex oder auch so kleine Pfeil-Sticker, je nachdem, wie man sie nennen möchte. Und davon klebe ich mir natürlich auch im farblichen Wechsel, welche dann an jeden einzelnen Tag. Bei dem Montag, wo ich ein dunkelblaues Washi-Tape in der Kopfzeile benutzt habe, kommt der hellblaue Page-Flex-Sticker hin. Dienstag ist es dann identisch und am Mittwoch ist dann bei dem hellblauen Washi-Tape in der Kopfzeile der oder das dunkelblaue Pfeil auf Kleberle. Und so ziehe ich das dann eiskalt durch bis natürlich zum Samstag rein. Am Sonntag mache ich das Ganze dann ein ganz klein wenig anders, genauso wie unten beim Wichtig. Ich habe jetzt kurz überlegt, da ich ja hier zwei verschiedene Sets habe von diesen Blumen-Bouquets, wie ich das Ganze handhaben möchte. Und ich mag ja diese runden Kreis-Sticker mit diesen Echtfotos drumherum, finde ich ja auch absolut schön. Und man hätte das jetzt so eigentlich lassen können. Ich fand das aber noch, ne? Ich wollte noch so ein bisschen mehr integrieren, weil ich möchte euch ja natürlich auch zeigen, was ihr noch alles so machen könnt. Und dann habe ich mir so eine Viertelbox genommen, die ich nochmal mit der Ecke auf so einen Blumen-Bookie geklebt habe. Und den Überstand schneide ich mir dann wieder weg. Und in der Mitte kann man den Sticker natürlich auch noch super beschriften. Das geht übrigens mit allen Stickern, die ich hier verwende. Also ich drucke ja immer nur auf matten Stickerpapier. Und man kann wirklich überall reinschreiben, draufschreiben. Und das finde ich absolut prima. Dasselbe wiederhole ich dann natürlich auch noch am Samstag, nur mit einer hellblauen Box. Und am Montag habe ich ja die dunkelblaue Box verwendet. Ich habe dann geguckt, dass die Box einfach auch zu dem entsprechenden Washi-Tape in der Kopfzeile passt. Also zu diesen Schleifenbordern, zu diesen ganz dünnen Streifen. Und die Kalender, oder den Kalender, den ich da jetzt benutze, der ist ja aus meinem anderen Shop, Alenas Mom Life. Ich habe die jetzt auch bei dem Sticker-Shop mit eingestellt, weil so viele von euch danach gefragt haben, ob das nicht möglich ist, dass ich die Kalender, also die, die ich ja selber designe und auch binde, ob ich die nicht auch gleich mal so mit in den Sticker-Shop einstellen kann, dass ihr praktisch ein Komplettset dann kaufen könnt. So habe ich das jetzt auch gemacht. Und jetzt suche ich mir für meine schönen runden Sticker. Ihr wisst, dass ich liebe es, wenn dann so ein bisschen mehr Formen und Farben einfach auch mit reinkommen, was aber dann zueinander passt, um einfach, ja, universell und absolut individuell auch jeden einzelnen Tag dann planen zu können. Natürlich wiederhole ich geklebte Sticker immer wieder, auch dann gleich auf der rechten Seite, wenn ich links angefangen habe. Also ich gucke einfach immer, dass die Spreads harmonieren, dass es auch aussieht wie eine komplette Woche und nicht wie jeder einzelne Tag ein wildes Putpourri zusammengewürfelt. Also der innere Monk freut sich bei mir immer sehr, wenn das alles so schön zusammenpasst. Jetzt ist es auch schon an der Zeit, dass ich mir meine Datum-Sticker nehme. Ich hätte beinahe schon über das falsche Datum genommen. Klebe mir am Montag den 17. hin, dann am Dienstag den 18. Und diesmal gucke ich gar nicht, wo genau ich meine. Also diesmal sind sie wild verteilt, damit dieses Silberfolierte so als kleines, ja, so als kleiner Eye-Catcher fungiert und nicht alles, was glänzt und glitzert und funkelt, nicht alles punktuell auf nur einem Bereich ist und man dann schon gar nicht mehr weiß. Also ich mag es auch nicht, wenn diese folierten Sticker so überladen sind. Ich mag die so als kleines Töpfelchen auf dem i, aber nicht so extrem Bäm in deinem Gesicht. Das ist jetzt noch nicht so meins. Ich meine, vielleicht komme ich dieses Jahr im Laufe des Jahres noch hin, denn das Jahr ist ja noch frisch. Und jetzt kann ich mir markieren, dass meine Schwester und ich am Montag Geburtstag haben und ich musste dann gleich nochmal, glaube ich, aufstehen. Da wackelt dann die Kamera ganz extrem, weil ich nämlich noch vergessen hatte, meine anderen Sticker zu holen. Schreibt mir aber erst mal am Sonntag wieder das typische um 12 Uhr Mittagessen bei den Schwiegereltern ein. Ich habe dann auch noch geguckt, wo ich so ein bisschen mein Workout markieren kann, wie ich die Icons aus dem Sticker-Set kleben möchte. Die Icons kriegst du natürlich auch ganz schlicht und weiß und absolut minimalistisch in den funktionalen Aufklebern. Und ja, dann habe ich mir auch noch unseren Kinoabend am Samstag mit einem Icon markiert, also mit einem kleinen Fernseher-Icon. Und dann ist am Freitag wieder meine Budgetplanung dran, denn ich habe ja am 21. immer meinen Zahltag und gucke dann, dass ich innerhalb der nächsten ein, zwei Tage dann, wenn mein Gehalt dann da ist, auch meine Budgetplanung mache. Das Gleiche checke ich natürlich nochmal mit meiner Monatsübersicht. Und wie ihr sehen könnt, jetzt bin ich aufgestanden und habe mir meine anderen Sticker alle geholt. Dann wackelt die Kamera wirklich extrem. Und jetzt habe ich hier erst mal geguckt, ob ich da noch irgendwas dabei habe, wo ich sage, Mensch, ja, dieses Icon könnte ich gut brauchen oder ob ich noch irgendwas Silberfoliertes da hatte. Hatte ich aber nicht mehr. Und jetzt habe ich mir aus der Minimalisten-Linie, also aus der Minimalist-Sticker-Line, dann meine Word-Sticker rausgeholt. Die findet ihr auch in meinem Shop. und habe mir dann eben diese ganz bestimmten Dinge einfach markiert, wie Workout und Budget. Und ja, dann kommen auch noch so der Geburtstag-Sticker dann am Montag dahin und meine Work-Aufkleber, also wann ich zu arbeiten habe, auch wenn es im Homeoffice ist. Am Montag kommt kein Work-Aufkleber hin, denn da habe ich mir freigenommen. Also meinen Geburtstag möchte ich dann mit anderen Dingen verbringen, als für meinen 35-Stunden-Job zu arbeiten. Wenn ich ehrlich bin. Und die Work-Sticker klebe ich mir, also ich arbeite immer am Vormittag von 7 bis 2. Normalerweise, wenn ich im Büro arbeiten muss, dadurch, dass aber jetzt einfach Homeoffice angesagt ist, kann ich mir das ein bisschen freier einteilen, wann ich denn dann auch gerade die Zeit dann eben habe. Und wenn der Kleine im Kindergarten ist, arbeite ich dann ja auch ganz normal von zu Hause eben auch. Und ja, deswegen markiere ich mir jetzt einfach an jedem einzelnen Tag, außer eben am Montag, dass ich meinen normalen Job bitte auch noch zu erledigen habe. Und ich finde, es ist noch an ein paar Stellen nackig. Ich weiß, das wirst du jetzt vielleicht nicht nachvollziehen können, aber da kombiniere ich einfach nochmal ein paar schmalere und kleinere Blumenbouquets dazu, indem ich einfach auch die Sticker wieder auseinanderschneide. Und dann gucke, dass das sich so ein bisschen verteilt, komplementiert oder komplettiert, besser gesagt, das ganze Spread. Und ich mache jetzt noch am Dienstag dann einen hin, nachdem ich am Samstag den einen jetzt aufgeklebt habe, habe mich dann entschieden, dass ich ihn umdrehe, damit das Ganze einfach ja nicht so zusammengeklatscht aussieht bei den ganzen Blumenbouquets. Und ich finde es wirklich echt schön geworden. Und das ist echt mein absolutes Lieblingsspread jetzt schon geworden. Und das sind alle Sticker, die übergeblieben sind. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Ich würde mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst. Und wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Lass mir doch gerne einen Kommentar da, wie du diese Kombination, gerade auch mit den Farben und Blumen und den silbernen folierten Stickern findest. Und dann hoffe ich, sehen wir uns nächste Woche beim nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss, deine Alena. Bis dahin, tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020